Ein Ausfall der IT wäre nicht nur internes Desaster. Wer im Transportbusiness erfolgreich will sein, der muss funktionieren und zwar rund um die Tour das ganze Jahr. Da ist es besonders wichtig, dass unsere Systeme sicher, performant und wunderbruchsfrei laufen. Mein Name ist Fabian Studer, ich bin bereits seit 28 Jahren bei der Firma Galliker und seit Beginn verantwortlich für die IT im Unternehmen. Die Firma Galliker wurde vor über 100 Jahren als Pferdebauerhalterei in Luzern gegründet. Seitdem hat sich sowohl die Art des Transports als auch der Kommunikation stark verändert. Die Digitalisierung von modernster IT-Infrastruktur ermöglicht uns heute, die Logistik in allen Bereichen zu betreiben, ob das Carlogistik ist, Cargo, Full, Healthcare, Frigo, Pharma-Logistik. Dank der Digitalisierung haben wir sowohl im Transportwesen als auch in der Logistik bereits einen grossen Wandel durchgemacht. Noch vor ein paar Jahren ist ein Transport bis zur Abrechnung rein papiermässig abgewickelt worden. Heute läuft der Prozess bei Galliker komplett digital. Auch in der Logistik hat sich in den letzten Jahren vieles verändert. Wir haben dort sowohl Systeme wie vollautomatische Hochregallager, Pick-by-Voice, Pick-by-Light. Die unterschiedlichste Apps sind täglich im Einsatz. Und all das hilft nicht nur unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch schlussendlich unseren Kundinnen und Kunden. Beim Thema IT setzen wir seit vielen Jahren auf die Power-Umgebung von IBM. Mit dem IBM Power System profitieren wir von einer hoch verfügbaren und ausfallsicheren Lösung. Und von einer hoch virtualisierten Umgebung, die einen stabile und integrieren Parallelbetrieb von mehreren Anwendungen und Prozessen ermöglicht. Das Betriebssystem IBM i ist 7x24 Stunden im Einsatz. Bisher Holzanlänge, immer ohne Ausfall. IBM i bietet uns zudem zahllose, erstklassige Sicherheitsfunktionen nach dem neuesten Stand der Branche. Für unsere Datenspeicherung sorgen zwei össerst leistungsfähige, virtualisierte Flash-Speichersysteme. Unsere Erfahrungen mit IBM Power System sind wirklich immer nur positiv gesehen. Das System bietet heute genau die hohe Leistungsfähigkeit und Stabilität, die wir brauchen, um unseren Kundinnen und Kunden eine höchste Zuverlässigkeit zu bieten. Wir sind froh, dass wir auf Lösungen setzen, die uns während unserem Wachstum und der Veränderung im Unternehmen immer begleiten und unterstützen. So können wir sicherstellen, dass wir auch weiterhin unsere Position halten können. Ich freue mich sehr, dass wir seit über 10 Jahren immer auf eine hochprofessionelle Beratung und Unterstützung der ITPoint erzählen können. Ich kann die ITPoint jedem Unternehmen nur empfehlen. Ich bin natürlich am Ende dem Leben und bringt von mir ein Glas hinzu. Ich bin einfach nur auf sowas. Ich bin einfach nur auf beforehand, oder Alinein, aber auch auf die Oberfläche. Ich bin einfach nur auf jeden Fall. Ich bin einfach nur auf jeden Fall. Vielen Dank.